Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 29. Januar mit Martin Kelz. Kommt gut in den Freitagabend. Schön, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Corona hat im abgelaufenen Jahr in Essen für deutlich mehr Arbeitslosigkeit gesorgt. Aktuell sind mehr als 34.000 EssenerInnen ohne Job. Das ist ein Anstieg von rund 10%. Betroffen sind v.a. Branchen, die stark vom Lockdown betroffen sind. Z.B. die Gastronomie bei uns. Auch Leiharbeiter oder Beschäftigte in der Metallindustrie sind häufiger arbeitslos geworden. Sogar bei Zahnärzten gab es Probleme, weil viele Menschen den Arztbesuch aufgeschoben haben. Bei den Ausbildungen in Essen hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass viele Ausbildungsverträge erst sehr spät abgeschlossen wurden. Am Ende des Jahres sah es gar nicht so schlimm aus, wie zwischendurch befürchtet. Aber 400 junge EssenerInnen haben diesmal keine Leerstelle gefunden. 90 mehr als im Vorjahr. Großer Einsatz für die Feuerwehr im Essener Osten. Nach einem Strohballenbrand in Horst ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. An der Höhntropper Straße sind auf einem Feld heute Nacht rund 100 große Strohballen abgebrannt. Es gibt sehr auffällige Parallelen zu einem Brand in unserer Nachbarstadt Bochum. Da sind in den Nächten zum Mittwoch und Donnerstag jeweils auch viele Strohballen abgebrannt. In Bochum spricht die Polizei von Brandstiftung. Bei uns in Essen gibt es Kritik an der impfreien Folge. Der Kita-Zweckverband und die Gewerkschaft Verdi wollen, dass Erzieherinnen und Erzieher vorgezogen werden. Sie arbeiten oft ohne Maske und ohne Abstand zu den Kindern, heißt es. In einer Studie steht außerdem, dass sie sich öfter mit Corona anstecken als andere. Die Stadt Essen hat noch eine andere Gruppe im Blick. Sie will, dass Menschen, die zu Hause Angehörige pflegen, bevorzugt werden. Corona hat die Stadt Essen bisher rund 150 Mio. Euro gekostet. Der Stadtkämmerer hat eine erste Bilanz gezogen. Der größte Posten ist die Gewerbesteuer. Firmen können auf Antrag weniger zahlen oder sie aufschieben. Vom Land kommt dafür allerdings ein Ausgleich. Auch die ausgesetzten Elternbeiträge in den Kitas oder auch beim offenen Ganztag reißen ein Loch. Dazu kommt, dass die Stadt Essen wegen Corona auch mehr ausgeben muss. Unter anderem ist die Messe in Rüttenscheid gerettet worden. Heute ist Zeugnistag an den Essener Schulen. Und nicht selten führen Noten bei den Essener SchülerInnen zu Ängsten oder zu Sorgen oder zu ganz bitteren Tränen. Die Stadt Essen hat deswegen wieder ein Zeugnistelefon geschaltet für die Beratung von Kindern und Eltern. Für die nächsten Tage ist es auch weiter erreichbar. Ein Angebot gibt es außerdem von der Bezirksregierung Düsseldorf. Auf radioessen.de gibt es die Telefonnummer. Die Essener Polizei sucht einen Autofahrer, der in Kettwig für viel Ärger und eine große Schweinerei gesorgt hat. Der noch unbekannte VW-Fahrer ist am Sonntag über die Meisenburgstraße und dann die Zeppelinstraße gefahren. Dabei hat er offenbar bewusst Schneematsch auf Spaziergänger geschleudert. Die Polizei schreibt, dieser männliche Fahrer sei risikoreich und enthemmt unterwegs gewesen. Zum Beispiel musste ein anderes Auto eine Vollbremsung hinlegen. Jetzt werden Zeugen gesucht, die etwas von der Matschtour mit oder sogar abbekommen haben. Und das war überregional wichtig. Die Europäische Arzneimittelagentur hat den Weg für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca freigemacht. Jetzt muss noch die EU-Kommission zustimmen. Das Unternehmen liefert allerdings deutlich weniger Impfstoff als bisher vereinbart. Darüber gibt es massiven Streit zwischen Brüssel und dem Konzern. Außerdem, das Bundeskabinett hat Einreisesperren für einige Länder verhängt, in denen es besonders viele Corona-Fälle gibt. Menschen aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika oder Brasilien dürfen nicht mehr nach Deutschland kommen. Die Regelung gilt ab Samstag, also ab morgen, erstmal bis zum 17. Februar. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Abend und in der Nacht ist es ab und zu nass. Ganz stellenweise fällt ein bisschen Schnee im Essener Stadtgebiet. Um drei Grad, dazu in Heidhausen und in der Innenstadt. Morgen bleibt es dann kalt, um die vier Grad werden gemessen. Ganz selten ist Regen dabei. Sonntag und Montag ist es dann meist trocken in Essen. Und das war's vom Podcast für diese Woche. Wir in der Radio Essen Redaktion wünschen euch ein schönes Wochenende. Und am Samstag gibt es unsere Nachrichten aus Essen. Für Essen wieder ab halb acht für euch. Bis später. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.